Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für heiße Liebe. Die heiße Liebe ist ein beliebter Eisbecher. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 16 Kugeln Vanilleeis, zwei Portionen heiße Himbeeren, 200 ml sehr kalte Schlagsahne. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit Rührschüssel. Eins Eisportionierer, vier hohe Eisbecher, Spritzbeutel mit einer sternförmigen Tülle, Küchenpapier, Schüsseln. Zubereitung Die Eisbecher in einen Tiefkühler stellen. Die Himbeersauce herstellen, die Schlagsahne herstellen und in einen Spritzbeutel geben. Je drei Kugeln Eis in die Becher verteilen, die Sahne sternförmig darauf spritzen und die Soße neben der Schlagsahne verteilen. Als Beilagen eignen sich Eiswaffeln Raspelschokolade Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!